Einen wunderschönen guten Abend an diesem wunderbaren 13. April, Samstagabend im Jahre 2024. Mit mir, Helmer Rudolf, im Rahmen der Dreizack-Chronik noch aus dem Dreizack-Chronik-Studio. Schön, dass du auch sehr spontan mit dabei bist. War ja nicht wirklich lange im Voraus angekündigt, aber muss es ja auch nicht. Wir haben uns heute mal ein Thema ausgesucht und zwar ist es das Fühler-Hauptquartier, der Lagebericht für alle Chinesen unter uns. Und anders als in der letzten Woche, wo wir mal so richtig vom Leder gezogen haben, wollen wir es diesen Abend ein wenig gemächlicher angehen. Damit du auch mal zu Wort kommst und nicht nur ich am Quatschen bin, sondern dass du vielleicht auch mal die Gelegenheit nimmst und mir mal erzählst, okay, es ist jetzt natürlich der ganzen Welt, weil es auf YouTube und Facebook und Odyssey ist, was dir am Herzen liegt. Und vielleicht eine Frage, die du oder ein Problem, was du gerne beantwortet oder gelöst bekommen hättest. Wir sind ja nicht umsonst da und in der Lage, auf solche Situationen einzugehen und da eben zu helfen. Und da freue ich mich einfach von dir zu hören. Es ist ja momentan und deswegen so Fühler-Hauptquartier. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in Anbetracht der momentanen Situation international? Die Israelis sind drauf und dran, ihren Krieg im Nahen Osten ein bisschen auszuweiten, den sie begonnen hatten vor einigen Monaten, Anfang Oktober. Und die Amerikaner, wie wir wissen, stehen ihnen beiseite. Die Iraner, mal sehen, wer denen beiseite steht. Aber die werden das auch nicht einfach so wegstecken, dass man ihre Botschaft in Syrien einfach mal so bombardiert und ein paar Leute umbringt. Das heißt also, die geopolitische Großwetterlage sieht nicht besonders so rosig aus momentan. KLM hat schon die Flüge gestrichen über Israel und über den Iran. Also die machen schon nichts mehr. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen aussieht. Ich habe gelesen, dass angeblich die deutschen Österreicher und Schweizer ihre Touristen abziehen aus den Urlaubsgebieten. Hougarra und Sharm el-Sheikh. Und ich weiß nicht, vielleicht berührt dich oder betrifft dich das ja auch. Berühren vielleicht eher als betreffen. Kannst du ja auch gerne mal einen Kommentar zu ablassen. In der Zwischenzeit lasse ich meinen Namen ab. Und dann, ja, wie ist es dir in der letzten Woche ergangen? Wie hast du das so verarbeitet, den letzten Livestream? Ja, meine kleine Exkursion mit der KI. Heute war ich wieder unterwegs und habe mir wieder interessante Sachen geholt. Und ich muss sagen, das Ding wird immer besser. Und ich kriege dadurch natürlich wieder immer mehr Ideen. Und gleichzeitig war ich auch noch so ein bisschen investmentmäßig unterwegs. Da wurde mir unter die Arme gegriffen. Und das war ein profitabler Tag heute, möchte ich mal sagen, in jeglicher Hinsicht. Und ja, ich hoffe für dich auch. Ach ja, genau. Und wo für andere, für die es nicht so profitabel war, natürlich wieder in der Ukraine. Die Russen putzen da jeden Tag ungefähr 1000 Ukrainer weg, tot oder schwer verletzt, zumindest nicht mehr kampffähig. Und da wird wahrscheinlich eine ganze Generation von Ukrainern gerade weggemacht. Und diejenigen, die das Glück haben, noch ins Ausland gekommen zu sein, haben auch keine Motivation oder sehen auch keine Notwendigkeit, wieder in die Ukraine zurückzugehen. Denn denen steht das Wasser bis zum Hals. Und das neue Mobilisierungsgesetz, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, nicht, dass dich das groß berührt, weil es ja ein ukrainisches Mobilisierungsgesetz ist. Aber die haben quasi gesagt, okay, du warst jetzt x Monate an der Front und hast das Glück gehabt, dass du noch nicht umgekommen bist. Und jetzt kriegst du jetzt keinen Heimaturlaub wieder. Du kannst quasi da bleiben, so auf Ende, bis zum Ende der Tage. Und das in einer lupenreinigen Demokratie, um diesen Begriff mal zu benutzen, die ja unbedingt in die NATO rein will und unbedingt in die EU rein will. Aber mit solchem Gebaren würde es mich nicht wundern, wenn sie in die EU und in die NATO reinkäme. Weil da wird ja mittlerweile, müssen wir uns da auch nicht wundern, in Anbetrachte dessen oder der Qualität oder mangelnden Qualität, die da vorherrscht auf NATO- und EU-Ebene, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen. Aber dichter zu Hause, wie sieht es aus? Ich war jetzt schon seit einigen Monaten nicht mehr da. Wie sieht es aus im Warenkorb? Ist es teurer geworden? Wie sieht die Lage dort aus? Wie sieht die Inflation aus? Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie sieht es aus? Tippenkroß ist auch schön. Thyssenkrupp hat gerade angekündigt irgendwie 27.000 Leute, waren es glaube ich so viele, freizusetzen. Plus, minus. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber auch hier wieder Arbeitsplatzverlust. Gehst du wählen? Gehst du vielleicht das erste Mal wählen? Wen gehst du wählen? Kannst du gerne sagen. Würdest du immer noch eine der Altparteien wählen? Hast du dir das Interview angeguckt mit Björn Höcke und dem guten Herrn Vogt von der CDU? Was magst du dazu sagen? Gibt es irgendwas vielleicht zum Masterkey-System oder zur Kartologie, was du gerne wissen möchtest? Soll ich für dich die KI mal befragen, spontan? Kannst du mich gerne wissen lassen, denn heute Abend hast du es mit mir hier zu tun. Und wie immer im Rahmen der 3-Zach-Chronik, Helmer Rudolf unter anderem auch als Mr. Masterkey oder der beste Punktcoach, auf dem Punkt bestehe ich, bekannt. Und wir befassen uns mit zeitkritischen, zeitgenössischen und zeitgeschichtlichen Themen. Wir befassen uns aber auch mit Sachen aus der Vergangenheit. Wir befassen uns mit der bewussten Lebensgestaltung, wir befassen uns mit Zyklen, mit all den großen, schönen Sachen. Morgen übrigens, falls du das noch nicht wissen solltest, ich blinke das einfach mal ein. Dafür muss ich erstmal einen Banner erschaffen. Moment, habe ich nochmal noch nicht gemacht. So, und zwar, den warte ich noch ein bisschen aus. Und da geht es um das Thema. So, blenden wir mal ein. Und zwar, morgen gibt es ein Astrokartologie-Webinar mit der lieben, eingeblendeten, Amelie Klix. Und für 99 Euro darfst du gerne daran teilnehmen. Und da geht es darum, deinen Seelenplatz zu finden. Da geht es nämlich um ein relativ wenig bekanntes Thema. Nicht die Astrologie, sondern die Astrokartologie. Denn ausgehend von deinem Geburtsort gehen in die verschiedensten Himmelsrichtungen die Planetenlinien. Und die treffen sich dann auf der anderen Seite, wo du geboren bist. Und dann gibt es entlang der Linien, oder entlang der Linie, diese Linie hat eine bestimmte Qualität. Und diese Linie trifft idealerweise irgendwo mal auf ein bisschen Grund. Nicht nur, dass überall im Meer ist. Das ist eher unwahrscheinlich, es sei denn, du bist auf einer Insel geboren. Aber selbst dann trifft sie irgendwo das Land. Und du kannst dann mal schauen, welche Linien für dich günstiger sind und welche für dich ungünstiger sind. Und ob du vielleicht schon mal bei einer günstigen Linie warst, auf einer günstigen Linie warst, weil du es anschaust, kannst du bei astro.com machen. Und dann mal ein bisschen schauen, wie das da aussieht. Und dazu gibt die liebe Amelie Klix morgen ein Webinar. Und den URL findest du hier auf linktree.amelieklix. Kannst du gerne teilnehmen und dich da ein bisschen schlauer machen in diesem doch, wie gesagt, eher unbekannten Bereich. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil die liebe Amelie macht da gute Arbeit. Und so kannst du eben auch feststellen, wo es dir vielleicht besser ginge, als da, wo du gerade bist. Jetzt das nur mal kurz am Rande. So, ich gucke mal in die Kommentare rein. Das Fühler-Hauptquartier, wie geil. Thomas ist auch wieder mit dabei, sagt guten Abend. Maurice ist auch mit dabei. Und Thomas sagt, mit KI kann man sich besser unterhalten als mit Menschen. Ja, das hängt davon ab, mit wem du dich unterhältst. Ich möchte auch nochmal, wo wir schon dabei sind, weil das genannt wurde, möchte ich aufmerksam machen auf meine imaginary-dialogues.com-Webseite, falls du noch nicht kennst, falls du des Englischen mächtig bist, weil sie ist nur auf Englisch, aber jeder gute Browser hat mittlerweile auch eine Funktion zum Übersetzen von Webseiten. Und die kannst du sehr wohl in Anspruch nehmen, wenn du des Englischen nicht mächtig bist. Aber wenn du des Englischen mächtig bist, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ich muss jetzt mal direkt in die Kamera gucken, möchte ich dich herzlich dazu einladen, da mal vorbeizuschauen. Und da sind nämlich wirklich tolle Interviews online gegangen. Von ein paar Tagen hatten wir Ra und wir hatten Rumi, hatten wir. Und wir hatten, mal sehen, wir waren der Letzte hier, Moment, Vorletzte. Kannst du bei Telegram übrigens auch schauen unter imaginary-dialogues, da gibt es auch einen, heute war Rumi dran, gestern war Pimp van Lommel dran. Du hast wahrscheinlich schon was von Pimp van Lommel gehört, ich nenne ihn immer Lomp van Pimmel. Ist ein holländischer, nicht Psychologe ist er ja gar nicht, aber Researcher, hat ein super interessantes Buch geschrieben, nennt sich imaginary-dialogues. Sehr witzig, hat er nicht geschrieben, nennt sich endloses Bewusstlein. Bewusstlein, endloses Bewusstlein, haben wir wieder, wir sind ja wieder sprachlich gewandt am heutigen Abend. Endloses Bewusstsein, für die meisten ist es in der Tat ein endloses Bewusstlein, aber ich habe mich mit, ich mit der KI habe mich mit Pimp van Lommel unterhalten und war auch sehr interessant. Davor war übrigens Chuck Norris dran, davor war Muammar al-Gaddafi dran, über den wahrscheinlich auch relativ wenig bekannt ist, außerhalb der traditionellen Lügenmedien. Und dann davor war Isaac Asimov dran, davor hatten wir Ra, davor hatten wir Michael Burry, Susie Ormond, im deutschen Bereich eher unbekannt, aber vielleicht eher bekannt auch dir, Leonardo Fibonacci. Und davor hatten wir Whitney Houston, Klaus Kinski, Joe Dispenza, George Carlin, Alice in Wonderland und Antoine de Saint-Exupéry. Also sehr interessante Gesprächspartner auf mit mir unter byimaginedialogues.com. Bist du ganz herzlich eingeladen und such das bitte auch auf Telegram, weil du bei Telegram aktiv bist und kannst du da abonnieren und jeden Tag kommt dann dort ein neues Gespräch live. Und ich habe schon bis zum 1. Mai habe ich schon Gespräche abgeleint und da sind auch wieder ein paar interessante Gäste. Also schau dir das an, wie gesagt, kannst du dir auch übersetzen lassen, kannst du auch Copy-Paste machen, das dann irgendwo in Übersetzer reinklatschen, falls du das wirklich nicht verstehst. Aber eigentlich ist das ein recht leichtes Englisch und das sollte auch gut zu verstehen sein. Und wenn nicht, dann ist es eine schöne Gelegenheit, das Englisch mal ein bisschen nach vorne anzubringen, weil um diese Sprache leider kommt man sie nicht mehr umhin. Das ist die Handelssprache und vieles von Material oder Anmaterial ist nur auf Englisch verfügbar. Also lohnt sich das generell. Hier sind die Kanäle nochmal auf YouTube, bringt eher nichts momentan, aber Telegram und Instagram, da bediene ich. Und auf Telegram bist du am besten, weil da ein direkter Link ist zu dem Artikel, zu dem Interview, zu dem Dialog. So, da so viel dazu, weil Thomas sagte, man kann sich mit der KI besser unterhalten als mit Menschen. Stimmt es, dass Mercedes nicht mehr in Deutschland produzieren möchte? Das wäre der Knaller, das deutscheste der deutschen Autos. Adidas ist zur Zeit auch sehr, sehr in Schieflage. Naja, es ist ja klar, dass durch die Politik der gegenwärtigen Regierung die Wirtschaft nicht gestärkt wird. Sie wird geschwächt. Sie wurde schon geschwächt dadurch, dass man Nord Stream 2 hat sprengen lassen, wahrscheinlich von den Amerikanern oder Ukrainern oder eine Kombination davon, dass natürlich jetzt kein Interesse seitens der Schweden oder Dänen oder Polen oder so besteht, das aufzuklären. Das ist völlig klar. Die Deutschen sind sowieso in der Tasche der Amerikaner. Da zeigt sich das. Das ist ein Angriff aufs Land. Und da zeigt sich das, wie der Hase läuft. Ist völlig klar. Sollte jedem klar sein. Und wer nicht und da immer noch so, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also diese Regierung ist dabei, das Land in Grund und Boden zu fahren. Davon musst du kein Freund von Sarah Wagenknecht oder der AfD sein oder so, sondern das ist völlig klar, was da gerade stattfindet. Das hat nichts mit Energiesicherheit zu tun, mit Abkopplung, mit grüner Energie und einer anständigen Politik. Sollte jedem klar sein. Und noch hat man die Möglichkeit, bei der Wahl sein Kreuz an einer anderen Stelle zu machen. Welche das ist, das überlasse ich dir. Aber ich hoffe, du nutzt das und du wirst vielleicht auch ein bisschen aktiver. Und sagst dann dem einen oder anderen Gefolgsmann der Altparteien und der Regierungsparteien vielleicht auch mal privat deine Meinung und sagst mal, pass auf, weißt du was, dich sägen wir auch ab, wenn das so weitergeht. Und wenn du meinst, wenn du hier in anderer Meinung bist als die da oben, dann tu das bitte kund und unternimm was, weil die da oben sollen uns repräsentieren und nicht umgekehrt. Die sollen nichts von oben herab diktieren. Aber das ist halt die momentane Lage. Du hast halt Leute, die intellektuell kompromittiert sind. Die sind moralisch und ethisch kompromittiert. Und dementsprechend wirst du von denen auch nichts erwarten können. Ist doch völlig klar. Ich meine, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Da muss man keinem irgendwie böse gesonnen sein, sondern das ist einfach so offensichtlich. Aber der Deutsche schläft halt erst mal bis zum Abwinken und dann, wenn es zu spät ist, dann wacht er irgendwann mal auf. Vielleicht ist das dieses Mal anders. Ah, Eva ist dabei. Und wir freuen uns über Eva. Und Thomas sagt, ich überlege mir, ob ich mir einen SRK 200 Panda Cross oder Vortransit Kurier kaufe. Finde keine Antwort. Ein Panda Cross. Das ist ein Panda Cross Dresser. Ford Trani. Trani Kurier. SLK 200. Sonderlügenkommando. Weiß ich nicht. Kann ich dir auch nicht helfen. Was mich jetzt aber nur Frage ist, sagt Maurice, werden sich deutsche Firmen neu aufbauen oder übernehmen von Zeit zu Zeit immer mehr Auslandsfirmen? Ist das dann der Neuaufbau oder kommt der dann erst später? Wo sollen sich neu aufbauen? Wenn sie ins Ausland gehen, werden sie dahin gehen. Dann wird in Deutschland immer unattraktiver. Ich meine, du brauchst ja auch eine gewisse Wirtschaftskraft, wenn du die zerstörst. Also das heißt, wenn die Wirtschaft nicht mehr so agiert wie früher, dann hast du natürlich auch weniger Abnehmer. Denn die ganzen Zugezogenen sind wahrscheinlich eher weniger Abnehmer der eher überteuerten deutschen Autos. Wenn wir uns das mal bei der Autoindustrie aufhalten oder wenn wir da bleiben, mal als Beispiel. Das heißt, du brauchst ja irgendwo auch Kaufkraft. Und wenn du die im eigenen Lande zerstörst, dann wird im eigenen Lande auch weniger aufgebaut. Und dann kann das vielleicht eben so einen Kaskadeneffekt haben, dass das mit der Zeit immer mehr wird. Wenn das Fass mal oder die Lünte mal gezündet ist, die Zünde mal gelündet ist und das Ding am Brennen ist. Gut, mal sehen, wie gut YouTube das alles übersetzen kann, die Zünde gelündet ist und die Lünte gezündet. Ja, man kann ja immer noch Spaß haben bei der ganzen Sache. Soll man ja auch. Ein Neuaufbau, vielleicht kommt erst das Abwracken. Und wie gesagt, vielleicht muss auch erst der Dreck wirklich weg. Vielleicht muss das weg, was sich jetzt als Dreck zeigt, als Stören zeigt, als System- und gesellschaftsfeindlich zeigt, vielleicht muss das wirklich erst mal wegrasiert werden. Ich weiß es nicht. Nötig ist es nicht eigentlich, also in der Theorie, weil man kann das ja auch anders machen, aber soll wohl so sein. Und dann, wenn Deutschland diesen Weg gehen möchte, dann soll es ihnen gerne gehen. Und Eva fragt Thomas, ob er schon Probe gefahren sei. Und Thomas sagt, er fährt nie Probe. Naja, dann wird es eins von diesen dreien Autos sein. Gut, ja, eure Meinung, mal abgesehen von KI und welche Autos ihr euch kaufen wollt und wo ihr Probe oder wie ihr Probe fahren wollt. Was berührt euch gerade? Was geht euch nahe? Was macht euer Masterkey-Studium? Wer ist noch dran? Wer befasst sich noch tödlich? Schmeicht ihn Tupoden? Kleiner Insider-Joke. Falls ihr das nicht kennt, der Leben des Brian sehr ans Herz zu legen, ist wahrscheinlich auch mittlerweile auf dem Index. Wird man sich ja nicht wundern. Und den Übeltäter. Was wollte ich gerade sagen? Ich meiste ihn zu Boden. Genau. Wer befasst sich noch mit dem Masterkey-System täglich? Wer liest da noch drin? Wer kommt noch zu welchen Erkenntnissen? Bist du es? Gehörst du dazu? Befasst du dich mit den Karten? Was machen die Karten in deinem Leben? Weißt du, wo du jetzt gerade stehst? Ich weiß es, weil ich habe vorhin noch mal nachgeguckt und das dann noch mal in die KI gefüttert und mir von der KI noch mal sagen lassen, sagen lassen nicht, aber ein paar Sachen ausgeben lassen und geguckt, wie das passt. Und das passt wieder ganz besonders gut, insbesondere in Anbetracht meiner heutigen Investment-Tätigkeiten. Zum ersten Mal übrigens. Nicht, dass ich investiere, also zum ersten Mal investiert habe, aber zum ersten Mal in dieser Richtung tätig geworden bin. Und ein anständiger Profit und weil ein Teil des Deals war, ein Teil des Profits einer gemeinnützigen Stiftung zu spenden, habe ich das natürlich auch gleich getan, obwohl ich meinen Profit noch gar nicht entnommen habe und das noch tun könnte, aber erst mal nicht getan habe. Und das wird interessant werden. Wollen wir mal gucken. Aber, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Da bin ich noch neu drin, da bin ich noch lernend. Ich bin der Student wieder einmal in meinem fortgeschrittenen jugendlichen Alter. Ich werde ja auch bald erwachsen, dann kann ich auch endlich allein Auto fahren. Thomas, dann lässt du mich bestimmt mal mitfahren mit deinem Auto. Und dann kann ich auch irgendwelche komischen Sachen unterzeichnen oder so. Mal gucken, ob ich das überhaupt will. Was ich will, ist einen drei Tage alten Saft zu trinken, in den eine ganze Zitrone gewandert ist, nebst Schale. Wer von euch mag Gärtnern, der ist gerne im Garten. Wer von euch der oder die gerne im Garten Zeit verbringt, hat sich mal mit Elektrokultur befasst. Also nicht die auf dem Stuhl, sondern die im Garten, wo man Kupferdrähte in den Garten, in den Garten rein stöpselt und auf einmal angeblich die Ausbeute sehr viel größer sein soll. Wer hat sich damit schon mal befasst? Wer hat Würmer nicht im Darm? Das ist der Bundesregierung vorbehalten, sondern im Garten. Und wer kultiviert Würmer in seinem Garten? Regenwürmer. Ist ja auch mal eine gute Frage. Wer weiß überhaupt noch von euch, was ein Garten ist? Ist ja auch mal eine Frage. Weil da erdet man sich. Da kommt man runter. Da kommt man auf neue Ideen. Und da ernährt man sich. Idealerweise. Wer trinkt das Wasser aus der Leitung? Wer trinkt das Wasser aus der Leitung? Beziehungsweise wer trinkt das Wasser nicht aus der Leitung, sondern nimmt es aus der Leitung und filtert es dann? Das heißt, arbeitet das Wasser wieder auf und ernährt sich dadurch ein bisschen gesünder als mit dem doch eher dubiosen Leitungswasser, was hier unten übrigens auch nicht trinkbar ist. Wer tut das von euch? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, was Geräte anbelangt oder Methoden anbelangt? Ihr könnt das ja hier gerne teilen. Ich blende das ja auch gerne ein, damit auch andere noch was davon haben. Maurice sagt, MKS regelmäßig in Wiederholung. Das ist richtig. Ich wiederhole einmal am Tag meine Übung. Das ist auch sehr schön, sagt Thomas. Eva sagt, bei mir ist es gerade wie im Film. Hatte viele tolle Begegnungen und schöne Kontakte geknüpft. Bekomme höchstwahrscheinlich einen größeren Auftrag im Juni. Gibt mega Aufwind. Das finde ich klasse. Da drücke ich dir ganz fest die Däumchen. Karten brauche ich nicht. Ich habe ein inneres Navi. Das ist gut, wenn das innen richtig programmiert ist. Dann passt das ganz hervorragend, weil selbst das innere Navi hat ja auch Karten. Nur innen. Mein süßen Minigarten schon frühlingshaft gemacht. Wie geil, wenn alles blüht. Insbesondere dann, wenn du blühst, liebe Eva. Das tust du wahrscheinlich dann noch viel besser, wenn auch dein Garten blüht. Und Maurice sagt, Always look on the bright side of love. Bin heute wieder 30 Kilometer Rad gefahren durch unseren schönen Goitsche Wald. Siehst du, sehr gut. Und ich habe nichts dergleichen getan. Ich habe heute die Katze gefüttert. In der Sonne gelegen. Mich schlau gemacht. Ein bisschen investiert. Profitiert. Kommuniziert. Meine Bällchen gegessen. Meine Energiebällchen, die dieses Mal ein bisschen suspekt sind, aber trotzdem gut. Und entsprechend habe ich jetzt abends noch gesagt, ich kann ja ein bisschen was geben. Also gibt es einen Livestream zum Thema. Keiner von euch hat so seine Seele hier nach außen gedreht bisher. Wie geht es euch sonst? Hannah sagt, Wir kommen uns liebevoll in unsere kleine Regenwurmform. Yes. Bam. Das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Und Eva sagt, Gehe mindestens jeden zweiten Tag zu den Sträuchern. Ich habe unten, ich habe ein ganzes, einen ganzen, einen ganzen Tray. Wie heißt denn das? Ein Tablett mit richtig geheimen Cannabis. Also wie gesagt, keiner raucht das Zeug von uns. Wir geben das immer weiter an Freunde, die das irgendwo so gerne tun. Aber wir hatten so eine Pflanze, die schon seit Monaten da wuchs und die wurde immer potenter. Und jetzt habe ich sie so mal geklippt und getrocknet. Und mein Lieberschwan, also das riecht gut, das Zeug. Nur schade. Was heißt schade? Ich rauche es nicht. Brauche ich auch nicht. Honigmelonen habe ich geerntet. Und meine, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, ich habe ja 2004 in Kolumbien, in Bogotá, im botanischen Garten, habe ich ja mal ein paar Samen gekauft. Und die habe ich ja ausgesät und die Bäume sind nichts geworden. Aber irgendwo hatte ich so ein paar andere, ich weiß nicht, was das war, habe ich ja gekauft, ohne irgendwie Plan zu haben. Und die Dinger sind aufgegangen. Und die sind mittlerweile jetzt, das ist so ein Rankengewächs, ist mittlerweile zwei Meter groß. Also das übernimmt wahrscheinlich das gesamte Gewächshaus. Also ich bin echt gespannt. Das Ding gefällt, dem gefällt es richtig gut. Meine Ananas wachsen auch. Meine Dattelpalmen wachsen auch. Wann die wir tragen, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall habe ich Spaß daran. Und ich habe noch Granatapfel, wächst auch. Zitronen wachsen auch. Und die ein oder andere Hanfpflanze eben auch noch aktiv. Also so viel zu meinen gärtnerischen Tätigkeiten. Und ich möchte dich ein bisschen ermutigen. Schafft ihr irgendwo, idealerweise irgendwo einen Raum, wo du dich zurückziehen kannst, wo du mit den Pflanzen kommunizieren kannst, wo du einfach gut zu ihnen sein kannst, wo du gut zu dir sein kannst, wo du runterkommst, wo du dich erdest, wo du den Pflanzen vielleicht auch ein bisschen Musik spielst. Schubert's Unvollendete soll besonders gut sein. Und vielleicht machst du eben auch ein bisschen Elektrokultur und siehst zu, dass deine Regenwürmer da auch noch gut am Arbeiten sind und die Bodenqualität erhöhen. Einfach schön, so etwas zu machen, weil das der Seele gut tut. So, wer von euch weiß, in welchem Abschnitt er gerade steht bezüglich der Kartologie? Nicht Daumen hoch, sondern einfach mal Kommentar lassen. Weißt du das, was gerade Sache ist? Wenn du übrigens Interesse hast an der Kartologenausbildung, Aufzeichnung, Videoaufzeichnung gibt es 25 Stunden lang, also insgesamt, über mrmasterkey.com zu erwerben, darfst du gerne tun, falls du dir das alles in Ruhe reinziehen möchtest, was wir da zwischen November und Januar live gemacht haben. Das müsste ich noch irgendwann, oder werde ich irgendwann noch mal ein bisschen aufarbeiten, um das Fett hinten und vorne so ein bisschen zu trimmen. Und dann ist es nur noch The Lean Muscle. Eva sagt, habe jemanden zugänglich in Wien getroffen, der wohnt in einem Wasserschloss. Mega interessant, war heute schon zur Audienz eingeladen und wir bleiben in Kontakt. Lieber Wasserschloss als Wasserschoß, sage ich dazu. Und Eva, Maurice sagt, das Leben ist momentan richtig geil, es schiebt mich nur sowas von nach vorn. Ich hoffe, dass vor dir keine Wand steht, denn dann hilft auch das nach vorn geschoben werden nicht. Also sieh zu, dass vorne der Weg frei ist. Und Maurice, du weißt ja sowieso, wie das zu tun ist. Dementsprechend muss ich dir da, brauche ich dir auch gar keine Ratschläge zu erteilen. Was gibt es noch? Ah, ich habe auf Instagram, habe ich ein paar so interessante, also wenn du auf Instagram mal reinguckst, selbst wenn du kein Konto hast, kannst du mir einen Browser machen. Dann gehst du auf Instagram.com und dann schreibst du einfach Helmer Rudolf da rein und falls du das nicht weißt, wie das geht, dann mache ich das für dich und für die Nachwelt. Nee, gar nicht mal. Es läuft noch unter der beste Coach. Es gibt aber auch Helmer Rudolf, da passiert noch relativ wenig. Und warum, weiß ich immer noch nicht, aber das wird sich dann mit der Zeit irgendwie mal offenbaren. So, zack, angezeigt. Beste Coach und Helmer unterstrich Rudolf und unter der beste Coach dort findest du so ein paar interessante Stories. Und diese Stories sind vielfältiger Natur und da habe ich in letzter Zeit so ein bisschen was so Lebensstil anbelangt gemacht. Aber Coca-Cola und Pepsi, wenn du die Vergangenheit loswerden willst, Beethovens siebte Symphonie siebte Symphonie Movement Nummer zwei hören und dann in einem entspannten Zustand und dann fällt es dir leichter, Sachen loszulassen. Dann gab es noch was über Pepsi-Cola, was natürlich Phosphorsäure drin hat. Mit Phosphorsäure kannst du Chrom polieren, kannst du Blut von der Straße entfernen und kannst etliche andere Sachen machen. Und dann habe ich noch, muss ich mal auf die Pause-Taste drücken, dies hier, was du hier siehst, ist, Moment, ist die Bitcoin-Chart ganz interessant und der ist rund ist das Jahr quasi, 365 Tage oder 63, von mir aus auch und auf der X-Achse, also hier so, hier so, 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 Moment, das kann ich jetzt nicht, hier so rüber, da auf der X-Achse sind, ist der Preis von Bitcoin und wir eben sich von, von innen, von wenig in, in, in kurzer Zeit nach außen verändert hat und dann halt immer mehr geworden ist und ist hier noch dran? Nö. Und mit der Zeit immer gestiegen ist und dann haben sie noch angezeigt, wo es eine Halbierung gibt von Bitcoin, das heißt, wo es für die Miner nur noch halb so lukrativ ist, Bitcoin zu minen und wo dann kurz danach oder relativ kurz danach zu einem Allzeithoch gekommen ist. Aber hier, hier draus geht eindeutig ja vor, in welche Richtung das bisher ist, mal gezeigt und ich habe mir auch ein paar interessante Clips angeguckt von Michael Saylor von MicroStrategy Michael, Michael und dann Saylor S-A-Y-L-O-R S-A-Y-L-O-R Kannst du dir gerne mal anschauen, was der zu Bitcoin sagt, findet man hoffentlich auch im Netz. Dann zehn Milliardäre Gewohnheiten, die du kopieren kannst, versuchst für drei Monate und du siehst, was dann mit dir passiert. Ich habe schon wieder Nachrichten bekommen und dann wird ja auch ja interessanterweise, ich habe meine liebe Freundin Aisho und die postet da immer was auf Instagram und da geht es jetzt wieder mal um diesen mRNA-Impfstoff, ist ja auch eine tagesaktuelle Sache, die, wo das jetzt immer mehr hochkommt, was da schief, nicht schiefgelaufen ist, schiefgelaufen worden ist während der Corona-Pandemie und dass das vielleicht jetzt auch so langsam mal ein bisschen Fahrt aufnimmt und die Schuldigen dafür eben auch, wie Peter Hane so schön sagt, er möchte Handschellen klicken hören. Wäre ja vielleicht mal schön, wenn das deutsche Rechtssystem noch funktionierte und das da entsprechend tätig werden würde. Dann auch noch in dem Zusammenhang habe ich mir ein paar interessante Videos angeguckt oder Clips angeguckt, so was Investment anbelangt, na was, welches, was, welches Investmentwissen vorhanden ist bei manchen Leuten und bei anderen nicht. Also hier übrigens da ist, da ist Michael Saylor, na, da ist er, Digital Power, da spricht er davon und dann haben wir, achso, falls du Dating Dating ist, falls du irgendwo von irgendjemandem, wie heißt es so schön, hingehalten wirst, auf Deutsch gesagt, Delay means no, move on, das heißt, wenn du irgendwo wartest, dass jemand antwortet und da kommt irgendwie Stunden oder Tage später was, dann heißt das nein, kannst du gleich weitergehen. Dann haben wir was Interessantes hier auch Non-Toxic Liquid Laundry Detergent Restock, auch ein sehr interessanter Clip, wie man sein eigenes Waschmittel herstellt und dann kam später noch einer dazu, wie man sein eigenes Geschirrspülmittel herstellt, auch sehr interessant, weil die Tabs sind voller Mikroplastik und anderem Dreck, sollte auch nicht benutzt werden, also auch hier die Möglichkeit für dich, das zu tun. Und dann sagt noch ein anderer Clip, wo dann drauf steht Earning 0.1 Bitcoin is a big deal und weil im Durchschnitt bei 21 Millionen Bitcoin allgemein, generell, maximal, heißt das bei 7 oder 8 Millionen Weltbürgern 0,0025 Bitcoin im Schnitt. Im Schnitt hat wahrscheinlich relativ wenig Relevanz jetzt, aber 0,002 Bitcoin und wenn du 0,1 Bitcoin hast, dann hast du schon 400 mal mehr, 40 mal mehr, 40 mal mehr als 0,0025 und das wird eine Menge wert sein, weil das ist eine Wertanlage, Goldpreis übrigens all time high bei, ich weiß nicht, 2395 oder so Dollar mittlerweile und ja, Bitcoin auch schwankt zwischen 69.000 und 72.000, also auch da geht was ab und wenn du eben nur 0,1 Bitcoin hast, dann hast du immer in einem 7.000 einfach mal so da und wenn du ein bisschen mehr hast, hast 0,1, dann hast du eben noch mehr und wenn ich sehe, wie meine Bitcoins gewachsen sind über die letzten Jahre, erst mal mengenmäßig und dann wertemäßig, dann ist das schon ziemlich knackig, muss ich sagen, also das hat sich vermehrfacht. so, dieser junge Herr sagte, kannst du nicht sehen, aber es ist wie gesagt noch eine Story auf meinem derbeste.coach Kanal auf Instagram und das Konto nennt sich Warren Buffett's Law Warren Buffett's Law, genau und er sagt eben, dass es in der Geschichte immer wieder zu Korrekturen kommt und wo in bestimmten Abständen halt es zu Korrekturen nach unten gibt und manche dieser Korrekturen sind halt stärker als die anderen und dass man das mehr oder weniger vorhersehen kann und wenn man das vorhersehen kann, dann kann man eben auch sozusagen diesen Trend mitnehmen, wenn man irgendwo sich da finanziell absichern möchte, dann hat man irgendwelche Put- oder Sell-Short-Optionen, die auf einen fallenden Markt wetten, wenn man sich in diese Spekulation einbringen möchte. Dann hatten wir eben bei Schahmet der Beethoven Nummer 7, Movement Nummer 2, um die Vergangenheit loszulassen, wo ja viele noch so dranhängen, Coke und Pepsi hatten wir, Bitcoin hatten wir, Billionaires Habits hatten wir auch und da sind wir mal durch. Kleine Frage in die Runde, gibt es jemanden, so wie sie es aus im Freundes-Familien-Kreis, der oder die unter Nachwirkung der Genspritze leiden, jemand irgendwo plötzlich und unerwartet gestorben? Wie geht es da allgemein? Wie sieht deine allgemeine Lage aus? Von Eva und Maurice wissen wir das, die sieht gut aus und das finden wir schön. Aber wie sieht es bei dir aus? Vielleicht nicht ganz so doll. Wo sitzt du dran? Wo machst du Fortschritte? Wo kannst du Hilfe brauchen? Bis wann möchtest du das vollenden? Hast du einen Plan? Schreibst du das auf? Befasst du dich mit solchen Sachen? Weißt du, was jetzt gerade ansteht, idealerweise ansteht für dich? Das würde ich gerne wissen. Das darfst du dich aber primär selber fragen. So, Hannah sagt, ich habe heute einer tollen Kakao-Zeremonie teilgenommen, kann ich sehr empfehlen, war genial. Wer hat dich durch den Kakao gezogen? Das würde ich jetzt gerne wissen von dir, liebe Hannah. Und schreib gerne mal rein, was da genial war. Ich habe für überteuertes Geld zeremoniellen Kakao gekauft, zum ersten Mal überhaupt, glaube ich zumindest. Und ja, vielleicht wahrscheinlich von irgendwelchen neuseeländischen Wassernymphen gesegnet wurde. Und da bin ich noch gerade dabei, meinen Kopf irgendwo so drum zu wickeln, was es damit auf sich hat. Love, Eva, sagt, der Frühling hat es in sich. Der Frühling ist in diesem, für viele übrigens außer sich, weil wir schon mal bei den Wortspielereien sind. Wir sind ja alle Cunning Linguists hier. Thomas sagt auch, mir geht es seit Jahren richtig gut, ich lasse Geld arbeiten, habe 24,7 Freizeit, Ruhezeit, alles richtig gemacht, Beifall von unserer Seite. Maurice sagt definitiv Eva und Eva sagt Maurice, da bandelt sich was an. Bei mir wohl die sieben schwierigsten Jahre, jetzt wird es wieder fruchtig, lustig, Eva, geht mir ähnlich. 2017 ging die ganze Suppe los bei mir und bin da auch durch etliche, ich möchte nicht sagen Höhen und Tiefen gegangen, aber durch einen interessanten Entwicklungsprozess, Entfaltungsprozess und jetzt zeichnet sich das wohl ab, dass er jetzt mal so wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen wird und das bestätigst du, das bestätigt Maurice und Thomas ist sowieso jenseits von Gut und Böse und seit Ewigkeiten geht es ihm gut und so soll das ja auch sein, da klingt man es gerne in seine Energie ein. Trinity ist dabei, die liebe Manuela, wir freuen uns, allen Gespicken geht es zum Gut Glück, meinen Eltern und so weiter, das ist schön und das darf so bleiben. Eva sagt, 2017 habe ich dich kennengelernt und da fing die Katastrophe an, die jetzt erst gerade irgendwo von dem Fluch hast du dich jetzt erst getrennt. Ja, das ist, manchmal muss man in den sauren Apfel beißen oder sind das die gelegten Eier oder keine Ahnung, was auch immer. So, was noch? Ich habe beim letzten Mal drei Bücher hochgehalten, die habe ich seitdem nicht weggelegt, möchte ich dir mal ins Herz legen, falls du dieses Video und das letzte noch nicht gesehen hast, Mensch, wir sind schon bei 40 Minuten, ich kann es kaum glauben. Die Arcana der Freimaurerei, 59 Euro, hier so ein bisschen Saft klebt mir noch am Finger, von Dr. Albert Churchwood, meisthaft übersetzt und können wir mal einen Fokus kriegen, da ist ein Fokus, dreht sich über die prähistorischen Anfänge und Ursprünge der Freimaurerei, gilt gründlich, gilt es, sich damit, wie heißt das auf Deutsch, weiß ich nicht, kann man sich mal damit befassen, ist ganz hilfreich. Wenn du die Laune verderben möchtest, gebe ich dir, belege ich dir dieses Buch ans Herz, gibt es einen Gott von Eugene Fersen, hat schöne Sachen geschrieben, so über diese ganze Suppe da, was die Religionen angerichtet haben, ganz egal, welcher Couleur und dann schreibt er, doch diese Liebe, doch diese Liebe, die die stärksten, feinsten, höchsten und edelsten Züge des menschlichen Charakters zum Vorschein bringt, die durch die Emotionen der Tiere wie durch die des Menschen strömt, die durch das Blattwerk brennt und in den Fasern der Erde bebt, ist dieselbe Anziehungskraft, die allem in der Natur, den Elektronen wie auch den Welten zugrunde liegt, sie regiert und erhält und alles in seinem Zustand vollkommener Harmonie hält, ganz gleich, wie zahlreich oder vielfältig diese Aspekte sind, unter denen sich diese Anziehungskraft manifestiert, ganz gleich, auf wie viele verschiedene Arten sie durch zahllose individuelle Kanäle wirkt, sie ist im Grunde eine individuelle Kraft, eine Grundkraft, die gewaltigste, alles durchdringende Kraft des Universums und diese alles durchdringende Kraft des Universums kannst du dir zunutze machen, um wieder in deine persönliche individuelle Kraft zu kommen, in deinen Saft zu kommen, wieder zu sagen, tschakka, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wer ich bin, wie es vorangeht und dass du einfach wirklich mit Dynamik vorangehst, dich nicht blenden lässt, dich nicht blenden lässt, von den Religionen, dich nicht blenden lässt, von der Politik, dich nicht blenden lässt, von denen, die im Prinzip es nur auf schnöden Mammon abgesehen haben und denen die Welt letzten Endes egal ist, solange sie ihre Knete machen können, was auch ein Armutszeugnis ist. Ja, dass du dich von denen nicht blenden lässt, sondern dass du in deine eigene Macht und Kraft kommst, erkennst, wer du bist, wofür du hier bist auf dieser Erde, was dein Auftrag ist, wo vielleicht der beste Ort ist und deswegen möchte ich nochmal den Banner einblenden für die liebe Amelie Klix, die morgen ein Astrokartologie-Webinar hat. Schau dir das gerne an, kostet 99 Euro, lohnt sich und wenn nicht, dann zahle ich dir das zurück, Geld-Zurück-Garantie von mir, obwohl das Geld an sie geht. Kannst du gerne machen, ich muss sie mal nächstes Mal dazu bekommen oder vielleicht mal so einen kleinen, nicht einen Anreiz zu schaffen oder so, vielleicht, was weiß ich, 10% off oder so, aber wenn du Geld-Zurück-Garantierst dir das sowieso egal, stelle ich gerade fest. Nur mal so am Rande. Ja, dass du in deine Macht kommst, dass du weißt, was jetzt in deinem Rhythmus ist, was dran steht und womit du dich idealerweise befassen solltest, damit es flutscht, damit es fließt, damit du anstrengungslos und widerstandslos vorankommst. So, Eva sagt, meine Beobachtung zeigt mir auch, dass wir einen ähnlichen Weg gingen. Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch immer wieder mal kommuniziert. Manuela sagt, ich spare auf ein schönes Auto zur Zeit, es soll ein Verbrenner sein, Benzin und Power soll er haben. Oh, das darfst du jetzt aber nicht unsere Grünen hören lassen. Elektroautos übrigens, der Trend geht nach unten. Angeblich wird sich zeigen, ob das ein temporärer ist oder ein dauerhafter, aber vielleicht hat man bald nicht mehr genug Strom. Oder wie mein Bruder sagt, Deutschland produziert viel mehr Strom, als es eigentlich speichern kann und es ist aber noch nicht notwendig, quasi, wenn man sich Solarpaneele aufs Dach legt, dass man eben auch die Speicherkapazität damit mitbringt. In anderen Ländern ist das so, wo du dann die Batterien quasi mit installieren musst. Wenn du Strom generierst, musst du eben auch Speicherkapazität haben. Und Deutschland ist es so, dass durch die Solarsache so viel Strom produziert wird, aber eben zu den falschen Zeiten. Wird abends gebraucht, aber tagsüber mittags, wenn es keiner braucht, wird er produziert. Also auch da gibt es noch einiges zu tun in dieser Hinsicht. Aber der Verbrenner ist, ich freue mich auch schon auf meinen Verbrenner, der verbrennt ordentlich. Wollen wir mal gucken. Janine ist auch wieder mit dabei, sagt, guten Abend in die Runde und Eva freut sich, weil, na, die kennen sich. Und Thomas sagt, ich kannte viele Gepixte, kannte, weil sie alle tot sind. Ups, das ist natürlich nicht schön, zumindest nicht die, für die, die übrig geblieben sind. Beruflich wird es etwas besser, könnte noch besser sein. Dann ist die Frage, warum? Was tust du? Was tust du, um dich zu stärken, um noch souveräner dazustehen, um dein Angebot noch exklusiver zu machen, um vielleicht was anderes anzubieten? Das ist ja auch immer ganz hilfreich, zu wissen, dass man auch was anderes machen kann. Aber alles wird natürlich auf dich zurückgeführt. Das ist dein Ding. Das ist deine Aufgabe, herauszufinden, wo deine Talente sind. Und ganz egal, wie alt du bist, was du bisher gemacht hast, dass du das nutzt, ausnutzt. Ein Bekanter ist 95 und ist gepiekt mindestens fünfmal und seine Frau ist 91. Auch 91 ist sie. Ein Bekanter ist 95 ist gespiked mindestens fünfmal und seine Frau auch. 91 ist sie. Okay. Naja, es fallen nicht alle um. Kollegen alle gespiked und immer mal etwas kränklich. Eine Antwort von der Front. Ja. Ja, 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 ja. Auf das alle gesund bleiben und munter und wohl stoße ich jetzt auf euch an. ein schönes, großes Stück Zitrone mitbekommen. Ja, genau. Ich habe ja noch gefragt, wer seine Karten kennt. Wer weiß, welche Jahreskarte er hat? Wer weiß, welche Abschnittskarte er hat? Oder sie? Und wer weiß, welche Tageskarte er hat? Oder sie? Weißt du das? Ich lehne mich mal entspannt zurück. Straffe mein Hemd. Heute ist Nippelwetter. Weil es hier frisch wird. Und ja, lass mich mal wissen. Befasst du dich damit? Hast du schon irgendwelche Erkenntnisse daraus ziehen können? Hat dir das schon in irgendeiner Weise geholfen, zu wissen, welche Geburtskarte du hast, welchen planetarischen Herrscher du hast und wo du jetzt gerade bist? Würde mich mal interessieren. Momentan noch das große Schweigen. Man will ja sagen, ich weiß nur meinen Geburtstag. Das ist schön. Das ist schon mal besser als andere, die noch nicht mal das wissen, also welche Karte sie haben. Und dann gibt es aber noch ein bisschen mehr, was man sich aneignen könnte. Ich finde es sehr hilfreich. Und viele andere auch. Und deswegen einfach nur so ein Impuls von mir lege ich dir das ans Herz, dich damit zu befassen. So. Janine, Karo 10, doppelter Jupiter, Jupiter-Spalte, Jupiter-Linie. Der Schutz von allen Seiten, die Manifestation des Wissens. Sorry, die Manifestation der Werte. Ein bisschen schwierig, was so die Beziehung anbelangt. 10 und die haben noch zwei Asse. Haben eine Herz-10 als Mondkarte und haben auch noch zwei Asse vor der Nase. Und es ist relativ auf sich bezogen und es ist nicht immer so einfach, was die Beziehung anbelangt. Und da darf die Karo 10 ebenso sich ein paar Gedanken machen und vielleicht ein paar Anpassungen vornehmen, damit das in Zukunft besser flutscht. Diejenige übrigens, die mich auf dieses System aufmerksam gemacht hat, ist auch eine Karo 10 und die war mit 27 schon zweimal geschieden. Auch nicht schlecht. Oder 25? 25. 25 schon zweimal geschieden. Manuel sagt Kreuz-Ass oder so. Ja, was heißt oder so? Kreuz-Ass oder Kreuz-Ass? Ich befasse mich nicht damit keine Resonanz nach Thomas. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dafür ist Resonanz mit etwas anderem vorhanden, eben mit deinem Inneren. Und letzten Endes ist es ja nur so, dass es durch diese vier Blätter Herz, Kreuz, Karo, Pik gibt es halt die emotionale Komponente, die mentale Komponente, die materielle Komponente, die spirituelle Komponente. Und durch die Zahlen 1 bis 13 hast du immer diesen Weg von Ass, dem 1, dem Ursprungsimpuls aus der Null, der Untätigkeit, dem Potenzial heraus, bis zum König, der 13, quasi der, dieser ganzen Entwicklungsgeschichte, wo das dann mit der 13, mit dem König, wo du dann die Herrschaft hast und das auf eine höhere Ebene heben kannst. Und das auf der emotionalen, mentalen, materiellen und spirituellen Seite. Und wenn du alle 13 Karten kennst in diesen vier Blättern, dann läufst du halt rund, weil du mit diesen ganzen Energien umgehen kannst. Und vielleicht hat Thomas das auf andere Seite, andere Art und Weise sich angeeignet. Das kann ja durchaus sein, aber darum geht es ja. Es geht ja nicht per se um die Karten. Es geht nicht um die Blätter. Es geht um das, was dahinter steht. Und das ist einfach ein schöner, keine Eselsbrücke, aber es ist eine schöne Methode, eben sich Kompetenzen anzueignen in den bestimmten Bereichen und dadurch eben fähiger zu werden, um mit den Situationen, auf die man im Außen trifft, besser umzugehen. Dazu ist es da. Und wenn man sich dann das doch noch aneignet, sagt, okay, heute ist meine Tageskarte oder meine Abschnittskarte, dann hat man immer so einen leichten Wegweiser. Finde ich eigentlich ganz hilfreich. Man soll da nicht zum Sklaven werden. Aber du wirst dadurch, dass du dich mit den Karten vertraut machst, wirst du versierter. Wirst du souveräner. Auf gute Werte lege ich sehr viel Wert, vor allem bei meiner Arbeit in der Pflege. Mit Beziehung ist schwierig, ich lebe seit 2009 bewusst allein, aber ich spüre, das kann nicht ewig so weitergehen. Und deshalb gibst du das schön raus ans Universum, dass da die richtige Person zu dir kommt. Und du kannst ja gucken in deiner Verteilung und das kannst du auch sehen auf sacredsymbols.de, wer zwei Positionen von dir entfernt ist und welche Geburtstage da in Frage kommen, geht natürlich noch weit darüber hinaus. Völlig klar. Aber dass du mal schon mal gucken kannst, aber dass du generell einfach mal den Impuls rausschickst, ich bin bereit, ich öffne mich, ich habe gelernt, ich weiß, welche Energie ich reinbringe. Und Asse und Zehnen und Fünfen haben eine sehr selbstbezogene Energie. Denen fällt es ein bisschen schwerer, für andere da zu sein. Ich meine, du bist bei deiner Arbeit für andere da. Und ich glaube schon, dass du in einer Beziehung dann vielleicht mal gerne jemanden hättest, der sich auch so ein bisschen um dich kümmert, wo du mal alle Fünfe gerade sein lassen kannst oder alle Vier von dir strecken kannst. Jupp. So, ihr Süßen, 51 Minuten haben wir. Das ist jetzt kurz vor einer vollen Stunde. Ich finde es schön, dass ihr dabei seid. Ich finde es schön, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt. Und nochmal, hast nochmal eine Chance, schreib es gerne rein, wenn du einen Kommentar hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, eine bestimmte Frage hast. Jetzt ist deine Chance, sie quasi kostengünstig zum Nulltarif beantwortet zu bekommen. Und bald, wir haben jetzt immerhin schon mittlerweile 540 Abonnenten auf diesem Kanal. Und die nächste Hürde ist 3000 Stunden im letzten Jahr. Da komme ich hin. Ich bin jetzt bei 2800 und ein bisschen. Das geht relativ zügig jetzt nach vorne. Und dann sind auch Supers und Memberships drin. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, hier über YouTube was zu machen. Und davon werde ich mal Gebrauch machen und gucke einfach mal, ob das und wie das angenommen wird. So, ich schaue mich nochmal auf Säcke Zümbels um. Mal schauen, was die Karten sagen. Ja, kostet nichts. Ist ratsam. Und weiß ja, wo du mich findest, wenn du da irgendwo noch eine Frage hast. jederzeit und gerne. Ansonsten. Schauen wir mal geopolitisch, was da im Nahen Osten passiert. Können die Israelis ihren Genozid noch ausweiten? Wenn sie jetzt, wenn sie noch auf die Unterstützung der Amerikaner auch noch hoffen können. Wir sind gespannt, wie das da läuft, wie sie, ob sich das ausbreitet, wie sich das auswirkt auf das Ganze. Aber für die Israelis, wenn sie nicht ihre eigene Regierung jetzt mal so langsam absägen, sehe ich da international, national, also im eigenen Lande und vor allem international für die jüdische Gemeinschaft in der Welt verteilt, sehe ich keine so guten Zeiten auf sie zukommen. Und das hatten wir ja vor 100 Jahren schon mal. Geschichte wiederholt sich. Wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, dann musst du dich nicht wundern, dass du irgendwie wie eins behandelt wirst. Und dann kommen leider sehr viele ungewollt in Sippenhaft. Keine schöne Sache. Aber bin ich auch völlig neutral. Interessiert mich eigentlich auch herzlich wenig. Aber es ist einfach nur zu sehen, interessant zu sehen, wie sich Muster wiederholen. Und diese Muster wiederholen sich auch bei dir, deshalb sprechen wir von den Karten, deshalb sprechen wir von diesen Themen, deshalb sprechen wir von Masterkey-Systemen, einfach nur, dass du schlauer wirst, dass du kompetenter wirst, dass du kräftiger wirst, souveräner wirst in deiner Entscheidungsfindung, ganz egal, ob das eine gesundheitliche ist, eine partnerschaftliche, eine berufliche, eine gesellschaftliche, eine, die deinen Lebensstil anbelangt, etc. Manuela fragt mal, wie kann man subtile Angriffe abwehren? Indem du dich stärkst, indem du einfach deinen Solarplexus aktivierst, so stark wie möglich machst und dadurch energetisch sozusagen einen Ring oder eine Hülle, eine Blase aus Feuer um dich herum schaffst, wo dir es im Prinzip egal ist. Das heißt, diese Angriffe finden nur dort statt, wo sie erfolgsversprechend sind und die gehen nicht dahin, wo sie sich selber quasi verbrennen. Und wenn du dich selber stärkst, dann wirst du weniger ziel von diesen Angriffen und du kannst sie besser abwehren beziehungsweise sie kommen gar nicht mehr zu dir. Es geht alles um eine Stärkung, eine mentale Stärkung, eine emotionale Stärkung, eine körperliche Stärkung, eine spirituelle Stärkung. Befass dich weiterhin mit diesen Themen und sieh zu, dass du dein eigenes System so gut wie möglich reinigst, sauber hast und hältst und dass du dann eben dir bewusst wirst, deines Selbst, deiner Macht und Kraft, deines eigenen Solaplexus. Und dadurch, oder um da hinzukommen, müssen natürlich Wurzelchakra und Sakralchakra eben auch entsprechend agieren. Ansonsten kriegen die Vorrang in der Behandlung. Es kommt, wie es kommt. Ja, das hilft uns nur nicht. Aber es kommt, wie es kommt, sagt ja nichts darüber aus, wie du dich verhältst. Und du verhältst dich vielleicht anders, wenn du dich anders programmierst und noch mehr stärkst, weil du dann einfach andere Entscheidungen triffst. Denn wenn es kommt, wie es kommt, was ja logisch ist, warum sollte es kommen, wie es nicht kommt, dann weißt du wenigstens, was zu tun ist. So, Triniti Manuela bedankt sich und Eva sagt, ich wähle aus. Genau, dass man überhaupt weiß, dass man eine Wahl hat. Und ich glaube, das ist eine schöne Schlussnote, mit der wir diesen heutigen Livestream beenden können. Du hast immer eine Wahl, weil nirgendwo geschrieben steht, was du denken musst, wie du denken musst. Das ist zum größten Teil Gewohnheit, das ist zum größten Teil unterbewusst, aber das kann sich ändern und das wird sich ändern, wenn du eben neu denkst und wenn du einfach mal deine Optionen so ein bisschen erweiterst. Und dann kommst du zu anderen Entscheidungen und du kommst vor allem dann zu anderen Ergebnissen aufgrund deiner Entscheidungen und du bist mit diesen Ergebnissen zunehmend zufrieden, freust dich und das erhöht deine Lebensqualität. Und wenn deine Lebensqualität erhöht ist, erhöht sich ziemlich automatisch auch die Lebensqualität derer, die dir nahestehen. Und das Gegenteil ist natürlich logischerweise genauso wahr. Das war es mit der, ah, bezüglich Thomas sagt, bezüglich der Kriege kommt es, wie es kommt. Ja, ist, ja, ja, Ursache und Wirkung. Ja, vielleicht braucht es diesmal keinen Adolf, um sozusagen diese Art da irgendwo zu beseitigen. Vielleicht machen sie es diesmal selber, ist natürlich auch günstiger. Völlig unnötig, aber vielleicht ist das auch in deren DNA geschrieben, dass das passieren muss, wird man dann irgendwie erst langfristig, vielleicht mit ein paar hundert Jahren Abstand, besser und neutraler einordnen können. Du bist Teil und Gast der Dreizer Chronik mit mir, Helmer Rudolf, bald wieder aus dem Schatz im Mobil. Noch nicht, ganz, aber bald. Es war schön, heute Abend ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, du hast dich ein wenig motiviert, hast ein bisschen von der übersprudelnden Energie bekommen und nimm die weiter, nimm die rein in den Sonntag und genieße ihn. Tu dir was Gutes, tu dir immer was Gutes. Achte sehr gut auf dein Negative Self Talk, wo du dir Sachen einredest, schöner deutscher Begriff, einredest, die negativ sind, die dich gedrückt und gedeckelt halten und entferne dich daraus, nimm den Deckel weg und lass deine Sonne hell erstrahlen. So, mich findest du wie immer hier und ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch, wenn du immer eins meiner Produkte erwirbst, ob im Handel oder über die Webseite. Webseite wäre mrmasterkey.com. Wenn du das so machen möchtest, kannst du mich auch da unterstützen. Da kommst du auf die mrmasterkey Webseite, bit.ly-mmk-fan. Da kannst du auch was sagen oder du kannst einfach nur jemand anderem ein Masterkey Buch schenken oder eine Silber- oder Gold-Version von Sacred Symbols oder du kannst ihn aufmerksam machen auf die Optionen, die er oder sie hat, sich selber zu stärken, sich selber zu reinigen, sich selber ein schöneres Leben zu machen. Kurz vor Schluss ist es, der Abspann folgt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch einen absolut genialen Sonntag aus dem Fühlerhauptquartier. Helmer Ruder verabschiedet sich, verbleibt wie immer mit Peace and Blessings und der Abspann folgt. Ciao, ciao. ENDE 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017